Hallo zusammen, Eizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, ein Bündel Fälle anzunehmen bei die gefährliche Lis Seminario in Bovalus, in dieser Position. Nehmt die Quest gleich mal an und darf mich nun hier hinbegeben. Ich darf also hier diesen Weg entlang laufen. So, jetzt habe ich es. Hier sieht man mich, opala, nicht ins Wasser fallen, obwohl wir wenig schlimm. So, hier darf ich hineinlaufen. App. Die Quest ist abzugeben bei Dandy Jones in der Vagardesund, in dieser Position. Ich hoffe sehr, ich konnte euch helfen. Tschau. Ich hoffe sehr, ich hoffe, dass ich hier hinbegeben will. Vielen Dank.